Der Circle of Life Welche Aufgabe haben wir darin? Welche Verpflichtungen? Sind wir überhaupt wichtig? Und sind wir auf dem richtigen Weg? Wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Aber warum sind wir hier? Wir sind ein Unternehmen, das Werte bewahrt. Für uns alle. Denn wir sind eins. Eine Umwelt, die wir nur einmal retten können. Und auch nur gemeinsam. Ein Unternehmen, das sich Sustainability First auf die Fahnen geschrieben hat. Jedes Jahr schützen wir 450.000 Tonnen Stahl vor Korrosion und verlängern den Lebenszyklus von Stahl und Metall. Mit Veredelungsverfahren, die zu 100% nachhaltig sind. Eine Gemeinschaft, die Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen lebt. Eine Familie, die Werte für die nächste Generation bewahrt. Seit 17 Generationen und über 500 Jahren. Länger als jedes andere Unternehmen in Deutschland. Gemeinsam können wir eine zu 100% nachhaltige Umgebung schaffen, in der jedes Individuum wachsen kann. Unser Fundament sind Vertrauen und Verantwortung. Wir schützen heute die Generationen von morgen. Die Coating Company Die Coating Company Die Coating Company Die Coating Company